Ihr wolltet wissen, wie man solche Videos macht, also hier das Tutorial dazu. Holt euch die App Zoomerang und fügt ein Video eurer Wahl hinzu. Geht an die Stelle, an der ihr eure Hand einsammeln wollt und klickt unten auf Stickers und Cut. Geht dann mit dem Pinsel über eure Hand drüber. Ihr müsst das Ganze nur so grob malen, der Pinsel wählt es dann automatisch komplett aus. Geht dann nur noch hier oben auf, erledigt. Und schon schwebt die Hand bis zu dieser Stelle von alleine runter. Macht das dann noch an den anderen Stellen, an denen ihr das haben wollt und schon ist euer Video fertig. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, folgt mir gerne für mehr.